In den nächsten drei Jahren soll Griechenland rund 86 Milliarden Euro erhalten. Das meiste Geld bleibt im Finanzsektor. Mit etwa 50 Milliarden werden alte Kredite getilgt. Außerdem sollen die maroden griechischen Banken schon bis zum Jahresende mit rund 25 Milliarden gestützt werden. Gleichzeitig fordert das Hilfspaket aber auch weitere Einschnitte. So sollen Steuervergünstigungen für die Bewohner der Inseln, für Bauern, aber auch für die reichen Räder wegfallen. Die Frührente wird schrittweise abgeschafft. Das Renteneintrittsalter von 67 Jahren soll künftig tatsächlich eingehalten werden. Der griechische Staat wird mit dem Hilfspaket weiter umgebaut. Die Finanzbehörden bekommen für den Kampf gegen Steuerhinterziehung mehr Personal und werden gestärkt. Das Justizsystem muss in Zukunft schneller arbeiten. Vorschläge dazu soll die griechische Regierung vorlegen. Das Gesundheitssystem wird reformiert und alle Sozialversicherungsfonds werden unter einem Dach zusammengefasst. Die staatliche Hilfe an Bedürftige könnte dann zielgerichteter fließen. All das soll die griechischen Banken retten, den griechischen Staat entlasten und dazu führen, dass die griechische Wirtschaft wieder wachsen kann. Vielen Dank.